Querdenker gesucht. Querdenken und mitwirken. Landkreis in Bewegung. So hieß die Veranstaltung, die mehrere Akteure aus der Region zusammenbrachte. Schullehrer, Erzieher, Sozialarbeiter, Vereinsmitglieder, alle fühlten sich von der Problematik angetan. Wir sagen, Bildung ist ein so riesiges Thema, das kann nicht eine Organisationseinheit oder eine Gliederung oder ein Ministerium alleine wuppen, sondern da sollen die Menschen in einer Region sich zusammenschließen und wirklich, wie es in der Einladung steht, querdenken. Weil das Thema Bildung ist viel zu wichtig, als dass man das im stillen Kämmerlein alleine bearbeiten könnte. Diskussionsstoff gab es bei der Konferenz durchaus. Schließung von Dorfschulen, mangelnde Kita-Plätze, Integration, Inklusion, Gleichstellung, Seniorenangebote. Die Liste ist eigentlich weitaus bekannt. Doch ohne das Querdenken wären die Lösungen heutzutage wohl kaum noch zu finden. Mit dieser Botschaft hat die Kreisverwaltung alle Interessenten zum Dialog eingeladen. Und da ist es zum Beispiel so, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dass man gleichzeitig darüber nachdenkt, wie sind die Auswirkungen für Senioren, wie sind die Auswirkungen für Menschen, die zu uns gekommen sind im Migrationshintergrund, wie sind die Auswirkungen für Menschen mit Behinderung, wie kann man miteinander besser und zueinander kommen. Das sind unter anderem Themen, die uns mit dem Thema Querdenken verbinden. Vielen Dank.